Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn in der Arcovian Undercity. Lass dir doch jetzt mal bitte noch länger Zeit den Pader hinzuleiten. Ja, ich muss erst mal meine Tasse finden. Ich dachte, du bist Torend. Jetzt hab ich mir mal, ich glaub, vor... Ich glaub den ersten Part, den wir heute aufgenommen haben, den du gemacht hast, das war auch so. Du hast auch mal drei Wochen gewartet. Ich hab jetzt mal eine neue Axt. Die macht geile Sachen, wie zum Beispiel Blutungsschaden, was Baskeletten komplett unnötig ist, aber... Sie tut's. Gut, Herr Kerstin. Ich mag den Storm Revenant. Warum? Der hat Bluttschaden, der ist cool. Bluttschaden gab's bisher nicht so oft. Ich glaub, der lädt noch, oder? Oh, ich bin voll. Ich nicht. Ich hab gemerkt. Wie voll bist du? Äh... Ich hab jetzt noch ein komplettes Inventar. Also ein komplettes kleines Inventar und noch ein halbes kleines Inventar. Was? Wie wenig Loot kriegst du? Oh mein Gott. Ich hab mehr blaues Loot, ne? Ja, das stimmt allerdings. Fällt mir auch sehr gut. Ich hab grad erst mal wieder Blutungsschaden gehabt und mich gefreut, dass man da so ne Blutungsschaden Anzeige hat. Das vergesse ich jedes Mal wieder. Sehr gut. Wir haben uns auch erst mal gewundert, dass wir schon wieder den 33. Part aufnehmen. Wir haben irgendwie zwei Parts hinterher noch im Kopf. Mark of the Traveler. Das ist... Äh... Buch? Äh, ich weiß nicht. Äh, und, Obacht, wir haben noch... Hier irgendwas aufgesammelt. Das ist das hier, Last Days of RKW, falls ihr das lesen wollt. Hab ich grad schon angeklickt. Ja. Ähm, und das geht dann weiter hier. Na? Gehen wir mit dem Monster runter. Alter, ist das lang! Gott, hab ich gar keinen Bock zu lesen! Kannst du nicht ein Let's Read machen am Ende? Ne, ich scroll... Ne, das ist Englisch. Da mach ich kein Let's Read von. Da kannst du kein Englisch, ne? Ne, nicht so gut. Also ich kann mich mit unserem Engländer unterhalten, aber das war's dann auch. Ich hab einmal ganz langsam runtergescrollt. Ich hab auch ein bisschen durchgescrollt, hab dann mal zwischendurch kurz angehalten. Wahrscheinlich kann man's trotzdem nicht lesen, aber... YOLO. Ja, viele Let's Player machen das dann so. Ja, hier, jetzt könnt ihr einmal stoppen, dann scrollen die da einmal so schnell durch, dass man nicht mal in der Sekunde stoppen kann, in der die das durchgescrollt haben. Und dann, ähm... Weißt du, dann denk ich mir so... Ja, du Wichser, du kannst auch gleich einfach lassen, wenn du keinen Bock drauf hast. Aber eigentlich, also ich guck auch kein Let's Play, um mir ein Buch da durchzulesen, also... Also ich les mir bei manchen Sachen wirklich die Bücher durch, und ich freu mich auch manchmal, wenn die Let's Player die Sachen vorlesen. Ja, aber du guckst die Let's Plays ja auch nur, um zu sehen, ob dir das Spiel gefällt. Oder wenn... oder wenn ich das Spiel wirklich sehen will. Also wenn nicht. Kein Bock, dass da selber zu... Kein Bock, es selber zu kaufen, aber... Da geht's auch noch runter, was sind... Ja, das mach ich auch von einfach... Ah, du vergassst mich noch zu! Nein, machst du natürlich nicht immer. Zum Beispiel Dark Souls habe ich bei so einem ja komplett durchgeguckt, obwohl, äh... Ich soll mir gar nicht mehr so lustig finden, aber ich wollte halt... Dark Souls hat mich so überhaupt nicht interessiert. Dark Souls wollte ich halt sehen. Das ist so gar nicht mein Spiel. Dark Souls 1, also Dark Souls 2 habe ich ja geguckt... Ne, ich glaube, ich habe nur DLCs geguckt. Ich weiß gar nicht, ich habe das nochmal hochgeladen. Aber auf jeden Fall, ähm... Äh... Dark Souls 1 ist auch irgendwie komisch. Oh, ich muss unbedingt weiter Witcher aufnehmen. Ich weiß. Du hast keinen Bock zu. Warum? Ich bin gelevelt. Ich auch. Okay... Dann skillen wir jetzt mal zweimal in die Granate rein und einmal in den... Explosionsschuss. Da noch ein Ding ist rein... Ach scheiße, ich wollte den Blast Shield auch mal wieder skillen. Lass noch mal weiter skillen, aber nein. Fire Blast? Was ist denn Fire Blast? Item? Hä? Granate by Item. Ja, du kriegst von manchen Items doch einen Zauber dazu. Rapid Strike auch? Von welchem Item ist das? Rapid Strike ist glaube ich von deinem, äh... Deinem... Dark schnell, dem... Amulett? Artefakt. Wollen wir hier runter gehen einfach? Weil wir haben ja die ganze Höhle jetzt komplett... Ja, warte mal kurz. Okay, ich warte kurz. Also das ist der Fire St. Ich hab kurz gewartet. Das ist der... Fire... Blast... Und das hier ist... Warte. Ich muss jetzt mal kurz durchlesen, was die machen. Das macht 36 Sekunden Skill Recharger... Nein, das dauert 36 Sekunden. Ja, ja. Kostet 80 Energie. 5 Sekunden Duration, minus 30 Offens Ability, plus 20 Attack Speed. Unnötig. Tschüss. Und das andere macht... Und das andere macht... Boah, gar nicht mal schlecht Schaden. Ähm... 47 bis 72 Fire Damage, 125 Burn Damage over 5 Seconds. Und ne Stun Chance. Okay, bist du jetzt fertig? Äh... Ja. Und ich hab komisches Öl gefunden, was ich mal nur einmal benutzen kann. Glaub ich hab auch eins. So'n blaues. Das hab ich... Bisschen länger. Ruin Entrance. Boah, wir sind ein alter Kovia, what the fuck. Hallo? WTF? Äh... Wir wollten jetzt aber nicht raus, oder? Sehe hier im Auto. Ähm... Many inches will go, continue. Äh... Mach ich. Play, loot at the broken... in broken hills, okay? Moment mal. Ich glaub das ist die Schmuggler Passage oder sowas. Ne, 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 das ist es nicht. Also... Er hat ja irgendwas gesagt, wir können auch noch irgendwelchen anderen Dings da. Das ist nämlich grad irgendwie richtig krass an Titan Crest. Ja, wegen der Farbe. Dass es so hell ist und alles und... Ich sag doch wegen der Farbe. Das hat mich grad richtig geschockt, dass es wieder so hell war. Alter, ich hab auf einmal gar nichts mehr gesehen. Ja, okay, dann lass dir wieder reingehen, weil hier geht's weiter. Ach, hier geht's weiter? Ja, also hier können wir glaub ich auch noch nach Dings oder so. Wir haben jetzt drei Orte an denen es weiter geht. Ja. Alter, ist das fummelig. Du Fummelfritze. Du alter Fummelfritze. Du, alter Fummelfritze. Da hinten geht es, äh, eher zu Floor 2. Vielleicht hätten wir auch erstmal die Namen angucken sollen von den Dings, weil da steht doch Ausgang. Ja, hab ich gelesen. Achso. War mir egal. Gut. Ich hab übrigens die ganze Zeit die Karte offen. Ja, hatte ich auch die ganze Zeit. Ein Geist. Ah, hab ich nicht gesehen. Machst du die Karte auch machen, damit es weniger Speicher verbracht, weil es dann so dunkler um deinen Charakterraum ist. Beziehungsweise weil die Karte so... Ja gut, dass es allgemein nicht so dunkel ist, aber... Ja, egal. Aber somit macht es noch besser, weil es dann fast ein statisches Bild ist. Also immer an die Part-Course zu denken. Ja, vor allem mich interessiert das immer noch sehr. Das steht auch eigentlich schon. Ja. Aber hier geht's noch Level 2. Das hab ich schon gelesen vorher. Das sieht schön aus. Das mag ich. Ja, das gefällt mir sehr gut. Level Design. Aber mich interessiert das die Part-Course auch nicht mehr, also... Ich hab auch kein Problem mehr, jetzt über Nacht hochzuladen, weil ich ja mein Tablet jetzt noch hab und ich leise es noch mit dem Tablet hoch und wenn ich dann zum Beispiel morgens früh raus muss, dann kann ich immer das Tablet zu Hause lassen. Also... Ja, du musst ja nicht morgens früh raus. Ja, wenn ich's müsste, angenommen ich hab jetzt ein Vorstellungsgespräch oder sowas, oder ich geh voll arbeiten, hahaha. Oh mein Gott! Was ist das? Keine Ahnung, aber es hat den... es hat einen coolen Effekt gehabt. Das gefällt mir, das mag ich. Es tötet mich. Ja, deshalb mag ich es ja auch so. Hier Bargo, mach mal was. Es hat sich grad gehealt, hör auf damit! Ich werf erstmal alles rein. Es beschwert übrigens Neuer. Aber es heilt sich auch die ganze Zeit. Müssen wir erst in der Geltung rumtöten? Ich bin tot. Fuck you! Oh, es hat mich gefangen. Gott, es ist tot, endlich! Es hat sich dreimal... Es hat sich... Ne, es hat sich zweimal voll gehalten. Wieso? Also bei mir war es nie voll. Aber ich hab dem Ding auch ganz schön gut Schaden gemacht, okay. Ne, das hat sich zweimal voll gehalten. Ich hab einen Hammer hier, nimm mal. Ja, brauche ich nicht. Sag dir schon den besten Item aus dem Spiel. Da brauche ich trotzdem nicht. Alleine schon aus Disrespect nehme ich es jetzt nicht mit. Beziehungsweise nehme ich es nicht als Waffe. Ich guck's mir aber an. Nein, das ist wirklich schlecht. So schlecht wie die Shotgun, die du mal angerehen wolltest? Ich hab sie extra für dich gecrafted und du hast sie einfach weggeschmissen, du Asi. Nein, ich hab sie noch nicht mit. Sehr gut, ich verstehe. Wir hätten vielleicht, äh, verkaufen sollen, aber das ist nur so ne Idee. Ja, hätten wir. Machen wir aber nicht mehr. Ist vorbei. Ja, hinter uns sind glaube ich hier gespawnt vor uns auch. Danke! Was? Dass du einfach jedes Mal weiter rätst mit dem nächsten Puls. Hä? Ich bin nach vorne gerannt und dann hab ich gesehen, dass die alten gespawnt sind. Dann bin ich extra nach hinten gedasht und hab die alle gestunnt, damit sie dir kein Problem haben. Ja, und hast mich mit den anderen alleine gelassen. Was? Und hast mich mit den anderen alleine gelassen. Du willst ja nicht weiter nach vorne rennen, sondern wenn du siehst, dass hinter uns welche spawnen? Ich bin sofort stehen geblieben. Ja. Dann bist du noch ein Stück weiter nach vorne gerannt und die anderen sind gespawnt. Ja, du sagst, spawn hinter uns welche. Dann hab ich sofort umgedreht und rein gedasht. Und dann war ich in den hinteren drin. Ja, aber da waren schon die vorderen gespawnt wegen dir. Ja, dann hätte ich machen sollen. Hätte ich jetzt einfach gar nichts machen sollen. Ja. Okay, nächstes Mal hilft dir gar nicht. Tschüss, such den Einion-Tank. Tschau. Hier ist übrigens noch so ein Storm-Dings. Ja, und du hast die vorderen auch schon wieder angelockt. Ja, weil ich da reinlaufen wollte, weil du mich nicht magst. Assi. Ja, aber kann man auch schon verstehen, oder? Ja, nein, gar nicht. Lass mal kurz einen Kommentar, dass man das verstehen kann, bitte, danke. Ich mag den Granatenskill und den anderen Skill schon ziemlich gerne, den ich habe. Und jetzt zieht es auch mal ein bisschen Energie, alter. Also immer noch nicht sonderlich viel, ne? Aber ja, ein bisschen wenigstens. Ja, schon wieder. Ja, so viele Gegner, die Eisschaden machen mich so langsam machen. Ja, das nervt mich auch richtig hart. Ah, Wasserfälle, das gefällt mir, das sieht schön aus. Wo siehst du hier Wasserfälle? Ach da. Also, Abflussrohre. Ja, so Kacke-Fälle wohl eher. Aber auch relativ unlogisch, dass es in so einer Zeit schon so viel Kacke gibt. Das war mal ne riesige alte Stadt. Ja. Ja. Mit nem Abfassersystem. Ja. Und wo keiner kackt, da kein Wasser. Ja, vielleicht gab's was mal. Und jetzt sind die alle tot und zu Skeletten geworden und zu Geistern. Und die meinen, sie müssen auch kacken. Nein, aber sollen sie das jetzt abbauen, die Geister? Nein, aber wo keine Kacke, da kein Wasser mehr. Ey, das ist doch, da ist ja auch keine Kacke, da ist ja nur Wasser. Das Wassersystem läuft einfach weiter. Woher sollen die denn so viel Wasser gehabt haben? Ach Fred, ich werde mich unrealistisch. Das ist scheiß faszinierend. Ich hab's nur ne normale Spülung gehabt. Gott. Einmal. Ein richtiger Geisterrassist. Wieso? Du die Geister alle hasst. Natürlich hasse ich die. Du wirst keinen Wasserfall verdient haben. Richtig. Nein, haben sie auch nicht, Wichser. Du bist ein Wichser. Du bist doch... Nein, ich rede von den Geistern. So. Aber trotzdem. Trotzdem bist du der, weil du die Geister hatest. Ich bin auch nicht dafür, dass sie halb tot sind. Nein, sie sind tot. Nein, sie sind halb tot. Untote. Untote sind halb tot. Oh, Geister sind untote. Das ist aber unrealistisch. Geister sind tote. Du bist unrealistisch. Ja, bin ich auch. Ich bin ein Fisch. Mit F, Y, S, H. Wie realistisch klingt das in deinen Ohren? Hm, 12. Oh Gott, ey. Also, ich würde nicht sagen. Ich glaube, wir brauchen hier mehr als ein Paar für noch. Ja, hab ich auch schon gedacht. Oh Gott, oh Gott, schon wieder... Oh Gott, ein riesiges Skelettvieh schon wieder. Ach, da. Oh, schon wieder das gleiche. Skeletal Gargantuan. Ich weiß nicht, ob ich einen Trank nehmen soll oder nicht. Nein. Ich hack gerade mal alles rein, was ich hab. Oh, mein 5 funktioniert nicht mehr. Skill not equipped. Ach, das ist auf meiner Shotgun. Okay. Gut zu wissen, dass ich den Skill nur hab, wenn ich meine Shotgun aktiviert hab. Welchen? Ich kann die Kiste nicht mehr aufmachen, doch jetzt. Kann ich auch gerade nicht. Ähm, den Fire Strike. Fire... Fire Blast. Das von da? Kommen wir schon ein Item da? Das von meiner Waffe. Hier, da hast du. Ah, Superior's Solo klappt ja wahrscheinlich richtig für den Arsch. Das, was ich gerade gemacht hab, ist von der Waffe. Okay, cool. Ja, wahrscheinlich so ein Fernkampfangriffe. Manche Angriffe kann man ja nur auf Fernkampf und Dings haben. Aber Fire Strike, also dein normaler Fire Strike, der du da hast, der geht ja auf beiden Waffen. Ich glaub, der macht aber auf Fernkampf ein bisschen mehr Schaden oder so. Ja. Das ist ja auch ne ganz normale Attacke. Nichts, was überdauerhaft, äh... Also nichts, was dann einmal richtig viel Energie kostet. Okay, sind wir über dem Eingang, wo wir hergekommen sind eigentlich? Alter, ist das zum Kotzen, wie groß die Gebiete sind. Ich geh gleich übrigens erstmal verschoppen. Wahrscheinlich in der Aufnahmepause. Wie lange haben wir eigentlich noch? Und? Ich hab jetzt vier Sachen, die ich auf die Gegner schießen kann. Nämlich das, das, das... Hab ich grad so ein bisschen dir geholfen, weil ich da rumstand? Nein, du hast mir eigentlich nur, äh, im Weg gestanden. Achso, schau, ich dachte, ich hab die Gegner aufgehalten. Ja, das auch, aber halt auch im Weg gestanden. Ja, das ist gut. Ich ignorier das einfach. Das ist übrigens ein Bossgegner, also ein Heldenmonster. Ja, ich ignorier's schon, das schießt auf mich. Aber es schießt zum Glück gegen die Wand. Äh, den müssen wir töten übrigens für die Quest. Warum wird das Heldenmonster als, äh... Ich als Questgegner angezeigt, das wäre das erste. Ich weiß nicht. Ich hab grad gehört, als wärst du gestorben. Oh Gott, oh Gott, die Traumwelle aus Titan Curse jetzt als Eiswelle. Dreckspiel. Oh mei. Ich hake erstmal ein bisschen rein. Das... Wieso hat er Eis? Eis ist gemein. Oh fuck, grad fast gestorben. Pfff... Auf die 1 zufrieden, du Assi. Ich bin tot. Das sah grad richtig gut aus. Du bist... Oh, wenn ich noch fortal lauf. Du bist grad in seinen Schuss reingelaufen. Ja, weil ich mich bewegt hab, während ich nicht anwesend war eigentlich. Wir sind jetzt übrigens jeder bei Old Decovia, ne? Und nicht bei Crown Lay. Weiß. Achja, ist ja klar. Ich hab's ignoriert. Der Typ hat gestern aber nicht mehr geantwortet, warum es jetzt schädlich für meine Kopfhörer sein soll, wenn ich nur eins aufhabe, ne? Naja. Schieß am besten drauf. Ja, dann könnte ich den noch mitmachen. Und den. 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 Blueprint. Okay, jetzt ist mein Inventer auch fast voll. Äh, wie lange hatten wir nochmal? Keine Ahnung. Ich kann den Trank nicht aussammeln. Ähm. Beobacht. Äh. Drei Minuten nach. Das weiß ja nur ein bisschen Zeit. Oh, danke für das Loot. Bitte. Äh. Wie lange? Drei Minuten? Ja. Du hast was angelockt übrigens. Hab ich? Ja. Siehst du, das ist nämlich das Problem. Du merkst das gar nicht mehr. Puh. Ich krieg heute keinen Schaden. Ich geh einfach weg. Ich stell mir jetzt grad so eine Schlägerei vor. Komm, wir kommen aus einer Bar raus. Freddy kriegt erstmal richtig eine verplättet. Geht einfach weiter. Äh. Freddy. Freddy. Wir sind hier in der Schlägerei. Au, 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 au. Hab ich gar nicht gemerkt. Mensch. Wie kann das passieren? Gott, nein, nein. Nicht da. Na, du hast es angelockt. Gott, nein. Das ist riesig hier. Ja. Was fällt dir jetzt erst auf? Es gibt noch eine dritte Ebene übrigens. Oh, ach, Gott, nein. Wir sitzen hier mindestens noch zwei Parts dran. Ja. Macht doch Spaß. Ja, wundervoll. Also eigentlich ja wirklich, aber... Ja, also langsam wird es schon ein bisschen schrapazieren, muss ich sagen. Langsam wird es unrealistisch, Leute. Langsam dreht das Spiel durch. Ich glaube, ich spiele schon wieder betrunken. Ja, muss ja auch uns aushalten, ne? Ja, stimmt. Da kann ich den leichten Anfall von starkem Alkoholismus schon verstehen. Da ist der dritte Ausgang. Gott, ey. Dein Gehalt. Ach, da hinten ist mein Grabstein noch. Du bist ja gestorben, Noob. Tut mir leid, dass ich nur 3.000 Leben weniger habe als du. Nur 10.000. Ich habe übrigens 3.050 Leben. Alter, das ist echt... Ja. 900 Leben mehr als ich. Nur? Mhm. Ne, 1.900. 1.900 Leben mehr als ich. Gut, das können wir schon eher vorstellen. Okay. Okay, gut. Dafür machst du aber auch nur ein Viertel soviel Schaden wie ich. Wenn überhaupt. Ja. Haben wir ja ein relativ gutes Gildung gemacht, ne? Ja. Da haste. Ja, komm mal. Oh Gott, ich habe gar keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Okay, wollen wir hier den Part beenden? Ich guck mal, wie den wir noch haben. Ober? Ja, das hier ist eh zu Ende hier. Ja? Ich weiß nicht, wie ich schon nicht. Okay, dann machen wir das hier noch fertig. Hast du gerade gesehen, was alles explodiert ist? Ja. Ich sehe auch gar nichts bei diesen scheiß Geistern hier. Weißt du, wenn die Geister abklatzen, dann haben die auch so eine riesige Wolke noch. Ja, es sind gerade zwei geplatzt und meine sechs Angriffe haben noch gezogen. Gott ey, das ist ein richtiges Auge mir jetzt hier. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, ich habe dir falsch gefallen heute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao. Tschüss.